Herzlich Willkommen zu nur einem neuen Part Super Marbury, die Welt. Im letzten Part haben wir Welt 3 abgeschlossen und jetzt gehen wir weiter in Welt 4, der gerade durch diese Röhre geht, aber ist das wirklich die dritte, vierte Welt? Ha, was ist das denn schönes? Ein Zirkuszelt. Hey, da können wir nicht durch. Da müssen wir wohl gegen den Seychell antreten. Und wenn ihr den letzten Part verpasst habt, dann könnt ihr oben rechts in die Infokarte das nachholen. Und haben wir hier irgendetwas? Ein Item oder so? Vielleicht? Nein, aber hier! Eine Kante-Blocke, ja! Das ist super. Luigi bitte nicht zu weit springen, das wäre nämlich mein Tod. Aber ich denke, Luigi bringt das schon gut hin. Und hier ist dieser Zischell, diese einzig wahre Schlange. Und hier gibt es jetzt Fittiges. Denn normalerweise müsste man auf die Schlangen-Dudes gehen und dann sich halt hocharbeiten, um ihn auf die Schwachstelle zu springen. Aber ich weiss nicht, ob ich es gerade hinbringe. Ich bin gerade zu lost und einfach auch nur zu müde. Aber das könnte man von hier dann so den Headshot machen. Aber ich kann euch natürlich den Pro-Tipp zeigen, wie man das richtig macht. Denn man braucht hier Luigi. Und dann muss man hier den Spin machen und dann einen Long Charm aus diesen Katzenkrallen. Und dann kann man das easy-peasy ohne Probleme machen. Das geht hier auf der Switch-Version nur mit Luigi. Und das ist ein bisschen erschwert worden. Aber auf die Wii U soll es mit jedem Charakter gehen. Aber manchmal verfolgt er mich. Und aber jetzt ist er endlich mal geschütten. Und der Green Star ist nun in unserer Tasche. Und ganz viel Geld. Und nun haben wir auch wieder alle drei Kronen, die wir im letzten Part auch mal gefehlt haben, zurückerlangt. So, das ist doch schön mit dem munterischen Feuerwerk. Und hier noch ein bisschen Zeit. Wir sind negativ gerade auch noch. Logischerweise, die goldene Flagge. Das ist schön. Und hier zum ersten Mal... Oh nein, doch. Doch, alleine diesen Boss-Fights-Gewonnen-Theme-Gedünse. Und hier in diesem Boss-Level gibt es kein Stempel. Ein Green Star und jetzt können wir hoffentlich in die nächste Welt. Aber das sieht gut aus. In einer Wüste? Oder was soll das genau sein? Und hier die nächste P. Was ist das eigentlich? Ist das eine Ödland? Gibt das eine Beschreibung? Nee, scheinbar nicht. Aber hier, was gibt das hier Schönes? Ah, ein schöner Ausblick. Ah, Pixluigi, Pixluigi, Pixluigi. Na, wie geht's denn so? Ich weiss nicht, ob im letzten Part auch ein Pixluigi war, aber ich habe ihn nicht gesehen. Vielleicht sehe ich's dann, wenn ich das Video schneide. Aber im Moment habe ich's noch nicht geschnitten. Krabbel-Ei im Canyon. Mario, du bist an der Reihe. Und hier eine neue Musik. Und das gibt ein Gefühl zum Viben. Findet ihr nicht? Was gibt hier Schönes? Aber ist ja kein Münzheld, ne? Nee, das kannst du mir nicht erzählen. Als ob hier einfach nichts ist. In diesem Sinne? Schade. Und hier haben wir auch die neuen Gegner. Die Ameisen, die sind ganz nett und sympathisch. Die machen ihr Ding. Aber wir können sie auch einfach eliminieren. Aber hier haben wir ihre Kumpa, Mario. Wie oft willst du mich noch enttäuschen, Mario? Deswegen spiele ich nicht mit Mario. Okay. Hier haben wir ihre Brüder, die noch einen Stachelhelm tragen. Muss ich auch vorsichtig sein. Ich glaube, ich hoffe, hier ist irgendwo auch ein Power-Up. Denn so lost kann man doch gar nicht mal sein. So wie ich gerade bin. Aber hier müssen wir fast alle diese Kumpanen hier erledigen, um an den Stempel stressfrei zu kommen. Ja, man könnte es meinen, es ist ein Ameisenvölkermord. Aber sei mal dahingestellt. Ist hier vielleicht etwas? Ein Star? Ja. Ich hole mir lieber diesen Green Star und dann... Wine, meine Güte. Und jetzt diesen Star, den mich unverwundbar macht. Aber ich bin hier eigentlich nur zur Glocke. Also nicht zur Glocke. Man kann innen, also durch diese Ameisen richtig, richtig strong. Hier in die Röhre. Oh. Stimmt, das gibt es ja auch noch. Hier könnte man einerseits als Challenge ohne Katzen-Glocke weitergehen. Aber hier macht es nicht so als Challenge. Denn dafür bin ich nicht da. Aber hier haben wir den nächsten Katzen-Globe. Oh, meine Güte. Oh, meine Güte. Na, super. Hat ja sehr lange das im Inventar gebraucht. War das deutsch? Egal. Aber diese... Oh. Aber hier kann man noch runter... Ich hoffe, ich sterbe nicht. Aber das sollte im Normalfall nicht passieren. Und hier sind ein paar Münzen, die mir sogar ein One-Up geben. Aber das war es, glaube ich, eigentlich schon das allerbeste Level von dieser Welt. Ich glaube, ich muss nissen. Ehre an jede Person, die... Meine Güte, nein. Nein. Ich habe die Goldflage nicht. Aber Ehre an jede Person, die gerade Gesundheit gesagt hat. Nein, das kann doch nicht sein. Jetzt muss ich kurz auf Speedrun-Basis das nachholen. Das schneide ich dann zusammen. Aber ich kann kurz schauen, was ist das Nächste. Ah, ein Juno-Level. Und hier haben wir ganz viel Cash. Aber das braucht mir im Moment nichts. By the way, da ist ein Pix Luigi. So, jetzt haben wir auch die Goldflage in diesem Level. Stattdessen gehen wir ihm der Sumpf. Der Krieg Piranhas in Welt 4-2. Darf Luigi das machen? Nein, Peach. Und ich weiss, dieses Level wird nochmal kommen in Spezialwelt. Und das ist die reinste Hölle. Ich weiss, hier gibt es sogar einen Secret-Exit, wo eine Katze benötigt ist. Das zeige ich euch auch noch. Dann, wenn es so weit ist. Und die Krieg Piranhas riechen halt schon gerne. Aber, oh ne. Dieses Level, das ist auch ganz schlimm. Das weiss ich. Das weiss ich mal. Das hier ist mehr als schlimm. Fingerspitzengefühl. Aber mit Peach ist es alles gar kein Problem. Zum Glück haben wir Peach in diesem Level. Sonst wäre das nicht so leicht gewesen. Und diese Sprich Piranhas sollte mal echt verschwinden. Und hier, seht ihr das schön im Detail? Hier glänzt es ein bisschen grün. Und hier natürlich ein Green Star für uns. Und das schmeckt halt besonders. Und du solltest dich mal daneben nicht. Aber ich hoffe, jetzt bist du mal weg vom Fenster. Und hier dürfen wir ihn nicht umbringen, soviel ich weiss. Denn hier ist der Stempel. Meine Freunde, Peach. Also komm. So. Man kann es auch so machen. Fortunatlich ist eigentlich ein alternativen Weg. Aber hier. Hier könnte man eigentlich für diese komische Nachricht. Hier könnte man einen Katze ziehen. Und dann hier hochklettern. Und hier oben ist dann dort der Secret Exit. Aber wir machen zuerst einmal das Level normal. Und dann schauen wir mal weiter. Ich hasse diese Bindung. Okay. Okay. Jetzt müssen wir schauen. Will das diese Typen da weggehen? Blöd. Nein! Willst du mich verkaufen? So. Jetzt noch einmal. Okay. Okay. Ich will hier nicht bis 11 Uhr nachts noch dieses Level spielen, um den Green Star zu erhalten. Wenn ich morgen um 8 Uhr arbeiten gehe, los. Ich will hier nicht bis 11 Uhr nachts noch dieses Level spielen, um den Green Star zu erhalten, um den Green Star zu erhalten, um den Green Star zu erhalten, um den Green Star zu erhalten. Das kann doch nicht wahr sein. Diese Viecher. Ist kein Item. Ich dachte, hier wäre ein Item, aber der Scheintrügt. So. Und hier das wunderschöne Gift. Das gefällt mir. Oh! Zumindest die gallene Flagge geholt. Yay! Dieses Level haben wir auch einmal geschafft. Eben am Schluss werde ich das noch einmal spielen, um den Secret Exit zu zeigen, da kann ich auch zeigen, wie man zur fünften Welt kommt. Und auf die fünfte Welt freue ich mich eigentlich sehr. Denn ich denke, jetzt werden die Level immer wie besser. Jetzt gehen wir in den Zwischenboss. Aus dem Weg, ihr komische Karumpel-Bande. Mario, du bist wieder an der Reihe. So, wir machen es ein bisschen leichter. Und der denkt sich jetzt einfach nur, das ist der Boss gewesen. Nein, es kommen jetzt noch drei weitere. Und hier sehen wir zum ersten Mal Lava. Und das sieht schon böse aus, ganz ehrlich. Finde ich doch. Sieht echt schön aus. Und der Green Star ebenfalls. So. Weg mit dir, Steinfels. Okay. Hier haben wir zwei weitere Level zur Auswahl. Cool, was haben wir? Ein... Das machen wir doch ganz kurz. Wir haben keinen Mini-Boss-Fightraum. Ich denke, der nächste Part wird ein bisschen länger. Denn ich will diese Welt abschliessen dann. Aber hier mache ich das erste Versteck der Feuerbrüder. Luigi, du bist an der Reihe. Nur noch 100 Sekunden. Du schaffst das. Let's go. Okay. Nur noch dich. Hey, kannst du... Let's go. Luigi, du bist einfach der King mit dem Hechtsprung. Das ist einfach zu leicht, kann man nicht anders sagen. Und vor allem als kleiner Luigi, das muss man zuerst hinbekommen. hinbekommen. Das führt, glaube ich, zu einem Pilzhaus. Oder zum Stempelhaus. Eins von beiden. Zum Stempelhaus, tatsächlich. Und... Was haben wir? Oh, hier. Ein schöner Stempel. Und hier... Wie geht's denn so? Fix Luigi. Der ist immer dort. Finde ich immer so genial. Oh. Diese Prinzessin ist sehr wütend. Die haben wir im letzten Part im Schloss. Befreit. Jetzt versprochen, den Secret Exit. Ah, und hier sind wir. Ich habe hier einen Tanuki bekommen. Aber zum Glück habe ich hier noch eine Katzenglocke auf dem Lager. Und jetzt wissen wir, wir müssen hier ganz vorsichtig... Hier abkasten, um hier zum roten Secret Exit Röne zu kommen. Und das führt uns eben zu Welt 5. Dann können wir alles skippen, was Welt 4 betrifft. Und das ist ein Wasser-Welt. Aber das ist im Moment nicht in unserem Interesse. Denn wir müssen zuerst die andere Fee retten, die in Welt 4 auf uns wartet. Und ich würde sagen, vielen Dank! Ihr könnt jetzt hier beim Endcard einerseits zum letzten Part von Super Mario 3D World klicken. Oder sobald es online ist, der nächste Part. Man sieht sich. Und da wären es bei mir? Wir wollen das.